Mit Michael Empelmann auf dem Fendt 916 Favorit, stufenloser Trecker. Mal gucken, wie weit es für ihn nach vorne gehen wird. Und auf der anderen Bahn mit Jan Hansing aus Bad Salsuffeln auf dem David Brown. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017